Wenn ihr euch an dem Video bekommt, ist es ein Video, ihr könnt einfach mal fragen. E-Megency Lights. Jetzt kannst du dich runterdrücken. Emergency Lights, 7 check, hau' ich mit 2. Dann No Smoking Signs, okay, jetzt runter. Seatbelt Signs, Window Heat, D2000. Und ja, jetzt sind wir jetzt Flight, Automator, haben wir Sets. Lenny Bar, haben wir Sets. Okay, Hedermomassets, EZ, Flight Director on, kannst du den auch hochschalten. So, da kann man einmal, zweimal und der Dritte kann es auch schon machen. Okay, Startup-Procedure, machen wir die Seedback noch mal schon an. Okay, Parking-Break-Release, also freien Mal. So, dann lassen wir uns jetzt vom Tag schnell zurückholen. Das geht schon los. Das haben wir nicht vergessen. Schauen wir mal wieder. Passt. Okay, Take-Off-Trust-Set. Mit der ganz Wirre. Problem ganz. Nein, nicht komplett. Schauen wir mal ein Stückchen. Okay, sieht gut aus. Passt. Jetzt geht die Show. Ja. Mach weg. V1. Rotate. Komm an. Ja, komm noch. Zieh. Zieh. Zieh die Bahn aus. Zieh noch mehr. Ja. Spürst du denn das jetzt? Okay, positiv Climb. Ja. Auf wie viel Grad? Jetzt guckst du auf. Zieh. Zieh den Balken, den magendafarbigen. Jetzt guckst du es mit dem schwarzen genauer übereinstimmst. Das wäre ja auch wieder. Ja, ein bisschen. Sieht ganz gut aus. Perfekt. Und? Die Kurs halten nicht vergessen, gell? Das ist der Outmarker. Oder Mittelmarker in dem Fall ist es jetzt da. Das geht nicht mehrmals später, oder was? Sonst geht es nicht mehr auf. Sonst geht es nicht mehr auf. Sonst ist es zu hoch. Warte mal. Aber ist es schon? Ja, das ist okay. Ja. Ja, das passt schon. Ja, das passt schon. Der geht relativ schnell runter. Aber fast zu schnell. Ich hänge mal ein bisschen nach. Jetzt passiert dann alles relativ schnell. Das sieht ganz passabel aus. Nicht so große Ausschläge. Denk dran beim aufsetzen. Flügel gerade. und die Nase ein bisschen anheben. Dann kannst du eigentlich ganz so schubschreit rausnehmen. Denkt dran, Flügel gerade. Und dann draußen. Ja, ist gut. Perfekt. Das ist ein Rolter. Zuluft und der Bauer. Was ist das? Kleine Zöpfel. Zwei Landungen vom Preis von einer. Okay. Raging Reverse. Passt schon. Du sprachst nur, die kann fast schon zu tun. Da würde man nicht bremsen. Wenn man nicht mehr rein geht, dann kann man nicht mehr rein. War gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht. Pass auf. WRAE Piano WRAE Untertitelung des ZDF, 2020